Wer schießt also? Schlicke, Nicolescu, 26. Minute. Der Rumäne macht es und wie. Claudio Nicolescu, was für ein Ding. Das sechste direkte Freistoß-Tor für Duisburg. Zumindest dabei sind sie Tabellenführer der Bundesliga. Der war erstens angeschnitten und zweitens absolut passgenau vom Rumänen. Der Schützenfest in Bochum, aber der Schützenkönig kommt erst.